Boom Leute, ich bin's Jonas von Stream of Fortitude und heute bin ich aufgewacht und mir wird klar, heute muss ein Deadlift PR fallen denn die 180 Kilos stehen jetzt schon ungefähr ein Jahr lang oder sogar noch länger und heute müssen die 190 Kilo fallen ich habe in den letzten Training Sessions, das habt ihr vielleicht auch auf Instagram gesehen schon 170 Kilo, 4 Wiederholungen geschafft das heißt die 180 Kilo sollten wirklich easy jetzt gehen aber ob es für die 190 Kilo reicht oder vielleicht sogar noch mehr das seht ihr im Video nach dem Intro also Leute, viel Spaß beim Anschauen los geht's nach dem Intro, ab! Also, die Don't look back, we're here to stay A life we knew would come one day And this isn't the borderline To where the future leaves us behind The fire will burn and never die Looking through the eyes of a brand new life So just find me, just find me Sparks will fly If we scream no, this is not how we're gonna go We are the ones who will never let go Just watch us roll to where no one knows We'll never grow We'll never grow Don't look back, we're here to stay A life we knew would come one day And this is it, the borderline To where the future leaves us behind The fire will burn and never die Looking through the eyes of a brand new life So just find me, just find me Sparks will fly If we scream no, this is not how we're gonna go We are the ones who will never let go Just watch us roll to where no one knows We'll never grow We'll never grow We'll never grow 200 feet Geknackt 200 feet